Im Schützenhof in Jefer sprach der ehemalige Bundesinnenminister Dr. Rudolf Seiter am Freitagnachmittag ein Grußwort an die Mitwirkenden eines Ausstellungsprojektes. Respekt! Porträts von alten Menschen aus dem Jeferland ist der Titel. In den kommenden Wochen werden im Rahmen dieses Projekts Bilder von Menschen aus dem Jeferland in den Schaufenstern der Jeferschen Innenstadt ausgehängt. Die Bilder sollen Passanten zur Diskussion anregen. Alle Porträts zeigen Menschen, die über 75 Jahre alt sind. In einem Buch mit gleichlautetem Titel erzählen diese Menschen die Geschichten ihres Lebens. Die meisten von ihnen sind am Donnerstag in den Schützenhof gekommen. Initiator ist die Fresenia-Loge zu Jefer. Auch der Landkreis Friesland unterstützt das Projekt über die Koordinierungsstelle Älterwerden.